Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einem neuen Aktuelle-Energie-Video. Im Moment ist es wieder soweit, dass wieder etwas passiert. Denn es gab viele, viele Prognosen, gerade in den letzten zwei Wochen, über mögliche Sonnenstürme. Und tatsächlich habe ich das Gefühl gehabt, das habe ich noch nicht allzu oft gehabt in den letzten fünf Jahren, seit ich diese speziellen Videos mache, dass sich die Energie total staut. Es gab einige CMEs, einige Auswürfe, es gab Flares, es gab ein riesen Halo. Nur haben die Messdaten das überhaupt nicht angezeigt. Stephen Burns, der Geophysiker aus Amerika, der mit seinem YouTube-Kanal gerade richtig durchstartet, weil er diese Wetterphänomene jetzt ähnlich wie ich auch schon eine Weile kommentiert und super zusammenfasst. Der ist da einfach viel mehr in der physikalischen Materie drin als ich. Er hat diesen letzten Stau-Prognose-Auswurf, es kam nichts scheinbar, nichts an, richtig schön auf den Punkt gebracht. Nämlich anhand der Erdbeben, die auf dem nordamerikanischen Kontinent, aber auch in anderen Teilen der Erde stattgefunden haben, herangezogen hat als Beispiel, hey, da ist etwas auf die Erde gekommen, aber sie haben es in den Messdaten verschwiegen. Ich möchte hier keine Verschwörungstheorie aufbauen, aber wir haben schon oft festgestellt, gerade in diesem Jahr 2024, und ich nehme das Video heute an, ich schaue extra auf den Computer am 26. Juli auf, Sie haben in diesem Jahr schon oft die Messdaten nachgewiesen, weil jemand gerade zufällig in der Zeit am Laptop saß und das beobachtet hat, nachgewiesen, nachgearbeitet oder komplett rausgenommen, dass da eben Effekte von der Sonne auf die Erde kamen. Jetzt haben wir es also wirklich sehen können, auf der Richterskala gab es so viele Erdbeben auf der ganzen Erde bis hin zu sieben auf der Richterskala. Das ist schon ziemlich knackig, also da passiert schon enorm viel dann auf der Erdkruste in dem Bereich, in dem das Erdbeben stattfindet. Aber man konnte das jetzt wirklich sehr gut sehen, dass entlang der Nahtstellen unserer Erdplatten, gerade eben in Nordamerika, viele, viele Punkte aktiviert wurden. Unter anderem ist im Yellowstone-Nationalpark ein Geysir extrem explodiert und da gibt es jetzt auch schon wieder Horrorprognosen, was passiert, wenn dieser Supervulkan, der eben dort in Nordamerika an der Westküste existiert. Wenn der wirklich mal ausbricht, das konnte man unter anderem in Roland Emmerichs Film 2012 dann sehen, da hat er diese ganzen Theorien zusammengefasst, als dann eben der Nationalpark explodiert ist. Es gibt eine Menge Horrormeldungen wieder in dieser Zeit und ich möchte in meinem Kanal immer die Wogen glätten und einfach sagen, ja, der Sonnensturm, den ich jetzt schon seit einigen Tagen wieder massiv spüre, in dem ich in meinem letzten Aktuelle Energie-Video gesprochen habe, ist jetzt endlich da. Und es kommt selten vor, dass ich sage, endlich. Denn manchmal ist es wirklich besser, wenn diese Energie sich zeigt und damit entlädt, als wenn es die ganze Zeit wirklich in der Erdatmosphäre vibriert und es keine Entladung gibt. Mir kam heute Morgen, bevor ich die Messdaten gesehen habe, dass es eben in der Nacht zu einem KP5 gekommen ist. Es ist auch mal ganz kurz auf die 6. Schwelle hochgegangen. Das war aber eine andere Messskala. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Er ist angekommen, er vibriert gerade über die Erdoberfläche und es ist wie bei einem Gewitter. Wenn das Gewitter quasi über uns hängt, wir sehen die schwarzen Wolken, wir sehen vielleicht schon das Wetterleuchten, aber es passiert nichts. Es gibt keinen Donner, es gibt keine Blitze. Dann lädt sich die Atmosphäre so stark auf, dass tatsächlich bei manchen Menschen die Haare am Körper zu Berge stehen, manchen auch tatsächlich die Haare zu Berge stehen. Und ihr werdet lachen. Bei mir ist es tatsächlich so. Also ich habe so kleine Härchen zwischen den langen Haaren wie jeder. Die Haare wachsen ja permanent nach. Aber ich habe noch nie erlebt, vielleicht habt ihr es in den letzten Videos gesehen, dass sie bei mir in keinster Weise zu glätten waren. Ich habe dann immer mit Gel und Haarlack versucht, für meine Videos meine Haare zu bändigen, aber sie gingen direkt wieder nach oben. Und ich war latent die ganze Zeit unter Starkstrom. Und ich bin jetzt froh, dass sich das jetzt hoffentlich mal für eine Weile entlädt und wir dadurch wieder ein bisschen zur Ruhe kommen. Ja, ihr habt es unter die Videos geschrieben. Ich habe gestern extra noch ein Video hochgeladen zum Maya Silvester vorgestern zum Thema Müdigkeit. Jetzt speziell in dieser Zeit, mitten im Sommer, so viele Menschen sind total müde. Viele haben dann da in den Kommentaren geschrieben, wie aggressiv sie teilweise auch sind und wie frustriert, dass eben scheinbar nichts vorwärts geht. Da hatte ich ein Video gemacht zum Thema Frust oder Lebenslust, weil so viele Menschen in meinen Kommentaren geschrieben haben, ich mag nicht mehr, ich bin total frustriert. Ich sehe nicht, dass es vorwärts geht. Ja, ich kann euch verstehen, euch alle. Ich kann das so gut nachvollziehen. Ich habe diese Phasen auch. Und dann nehme ich all meine Kraft zusammen. Ich sage jetzt bewusst nicht, wie man mir früher ständig gesagt hat, reiß dich mal zusammen. Ich reiße mich nicht zusammen, sondern ich sammle meine Energie, fokussiere mich darauf, bring mich in meine Mitte und konzentriere mich darauf, was will ich wirklich. Ich hatte schon einen vollen Vormittag. Heute nehme ich das Video eben etwas später auf, weil ich ja auch mal was anderes machen muss, als nur Videos aufnehmen. Ich habe ja auch noch ein paar Jobs nebenbei. Und da wirklich den Fokus immer wieder finden, immer wieder diese Frage stellen, diese ganz besondere Frage. Was will ich jetzt wirklich? Und ich weiß nicht, ob du dann freiwillig antworten würdest, ich will frustriert sein, ich will wütend sein, ich will das Leben scheußlich finden. Kann man machen natürlich, freier Wille, man kann alles machen. Aber es ist die Frage, macht es Sinn? Denn das verändert gar nichts, höchstens, dass wir uns noch schlechter fühlen, weil der ganze Fokus darauf gerichtet ist, es geht mir schlecht. Also das jetzt mal so eine kleine Klammer auf, dass viele Menschen sich gerade übermüht, gereizt und wirklich frustriert fühlen. Ich verlinke die Videos, die ich gerade genannt habe, alle unter dem Video. Ihr könnt in der Infobox sehr, sehr gerne diese Videos anschauen, um euch vielleicht von der Stimmung her wieder etwas aufzubauen. Also wir haben jetzt eben aktuell den Sonnensturm. Vielleicht dauert er nicht lange. Meistens sind es nur wenige Stunden, maximal 24. Selten länger, dass so ein Sonnensturm bleibt. Jetzt kommt eben halt erstmal die Entladung. Auf der gesamten Sonnenoberfläche gibt es gerade einen einzigen riesigen Sonnenfleck. Aber er scheint zu schlafen. Und das ist ja in letzter Zeit oft passiert, dass es vor allen Dingen erdabgewandt zur Sache ging. Da schoss es dann riesig ins Weltall. Man konnte die Halos sehen. Das ist das, worüber Stephen Burns und auch Dieter Brüns gesprochen haben. Ich sehe es jetzt nicht so dramatisch wie die beiden. Aber jeder nimmt die Erde halt auch ein bisschen anders wahr und die Gegebenheiten. Aber tendenziell ist es wirklich so, dass erdabgewandt oft viel passiert. Gerade wenn die großen Flecken einmal über die zugewandte Seite marschiert sind. Und gerade wenn sie dann am Rand sind und kurz vorm Verschwinden sind, dann macht es... Das sieht immer sehr schön aus auf den Messdaten, Videos, aber wir bekommen es quasi von hinten dann über den Ringstrom und über die Parkerspirale nochmal ab. Es gab ja Radioblackouts, es gab die Erdbeben. Aber es war nicht so, dass unser Erdmagnetfeld massiv überfordert wurde. Das ist sowieso schon überfordert. Also von daher drei Kreuze, dass es nicht so extrem war, wie es auf den Messdaten aussah, wie es aber eben nicht angekommen ist. Jetzt ist er da, der Sonnensturm. Aber die Sonnenscheibe wird gerade wieder etwas leichter. Es sind nicht so viele Sonnenflecken zu sehen, bis auf den großen, der aber anscheinend schläft. Man weiß aber nie, wie lange. Aber es drehen sich jetzt schon wieder neue Sonnenflecken ein. Die kommen dann vom einen Rand jetzt wieder rüber in die erdzugewandte Seite. Wir werden sehen, was daraus hervorbrechen möchte. Also dadurch, dass der Pol, unser Erdpol ja wandert, ist das Erdmagnetfeld noch instabiler. Wir dürfen es ausbalancieren. Es ist unser Job, gut für uns zu sorgen und diese ganzen Gegebenheiten, und das sind ja auch nicht die einzigen Sachen, die auf der Erde passieren, immer wieder auszubalancieren. Das ist unser Job. Ja, so geht es uns allen. Man konnte heute auf dem Tomska, dem sibirischen Chart der Schumann-Frequenz, einen sehr starken weißen Blitz sehen, also viel, viel Energie. Nur ist es nicht die Schumann-Resonanz, die da wirklich laut brüllt und sagt, boah, ganz viel Energie hier, sondern da muss man immer das Augenmerk drauf haben. Es hat eben ein sehr starkes Gewitter über dieser Wetterstation gegeben. Und diese feinen Messinstrumente reagieren eben halt besonders auf Gewitter. Ja, und dann zeigt sich dieser extreme weiße Ausschlag auf den Messinstrumenten, dass, wenn man das jetzt nicht weiß, dann könnte man denken, oh mein Gott, was ist da wieder los auf der Erde? Nein, in diesem Fall war es tatsächlich ein Gewitter. Also, zusammengefasst, sehr viel Energie auf der Erde, die sich aber gerade mal kurz entlädt. Das ist mein Gefühl. Auch wenn sie dadurch sehr viel aufwirbelt mal wieder. Die Schumann-Frequenz ist in Ordnung, aber man sieht auch, wie stark der aktuelle Sonnensturm über die ganzen Teilchen, die er mit sich bringt, auf der Erde wirkt. Deshalb ganz besonders viel Ruhe heute, bitte. Ruhe halten für dich, für mich, für uns alle. Gut ausrichten, gut fokussieren, gut erden. Und ich verlinke hier oben ein Video mit Dieter Bröers, in dem wir über fast alle Sonnensturmeffekte auf den Geist und den Körper gesprochen haben. Also für all diejenigen, die neu sind in meinem Kanal, schaut euch dieses Video bitte an. Ihr könnt es anklicken, dann öffnet sich ein neues Fenster normalerweise. Dann könnt ihr das nach diesem Video anschauen, damit ihr vorbereitet seid. Unten sind meine Blogbeiträge und, wie gesagt, ergänzende Videos verlinkt, dass ihr nachschauen könnt, was ihr tun könnt. Viele schreiben einfach in die Kommentare, mir geht es so schlecht, mir geht es so schlecht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß dann nicht, wie oft ich es noch wiederholen soll. Ich schreibe immer unten in der Infobox meine Tipps hinein. Also einfach bitte mal in der Infobox nachschauen. Ich mache das sehr, sehr gerne. Die Prognose ist im Moment eben, großer Sonnenfleck schläft. Bis jetzt die anderen großen Flecken wieder erdzugewandt sind, dauert es noch ein paar Tage. Ich hoffe sehr, dass wir Ruhe haben. Sollte es nicht so sein, halte ich euch natürlich sehr gerne auf dem Laufenden. Facebook, Telegram, Instagram, auch in der YouTube-Community. Da seht ihr dann meine Beiträge. Keine Videos, sondern die Beiträge. Und ansonsten mache ich hier mit meinen Kalendern weiter. Es gibt bald neue Kalender von mir für das neue Jahr. Ich bin gerade fleißig dran. Sterntore, Engel und Einhörner. Und da wir gerade bei den Engeln sind, ich habe es lange nicht gemacht. Diesmal habe ich daran gedacht. Mal wieder Engelkarten für diesen Sonnensturm. Was wir speziell als Botschaften von den Engeln bekommen, was wir tun können, um diesen Sonnensturm wirklich entspannt zu nutzen, die Welle zu reiten. Das ist ja immer meine Devise. Und wie gesagt, ich arbeite intensiv an einem neuen Format, aber das muss sich in mir erst formen. Das ist ein neues Channeling-Format. Aber das ist eine harte Schule. Das kann ich euch sagen, was da bei mir in der Nacht alles passiert und am Tag zwischendurch. Aber ich bleibe dran und ich hoffe, dass ich es euch bald präsentieren kann. So, also Engelkarten, eine für den Körper, eine für den Geist und eine für die Seele. Boah, es ist so warm. Wir haben jetzt hier auf meiner Veranda überdacht 30 Grad und es ist gerade mal halb eins. Das wird lustig. Es ist Hochsommer. So, der Engel der Balance für den Körper spricht für sich. Ich werde unten mindestens ein Video verlinken zum Thema Balance. Wahrscheinlich meine geliebte Meditation zum Thema Balance. Damit du jetzt wirklich intensiv für deine Körperbalance sorgen kannst. Generell, ich wiederhole es gerne. Wiederholung ist ein Lerneffekt. Auch für die, die es schon kennen, möglichst viel klares Wasser trinken. Ja, von guten Quellen. Ich habe immer eine Flasche guten Wassers hier bei mir stehen. Ansonsten habe ich auch mein super gut gefiltertes Wasser. So viel klares Wasser wie möglich. So wenig Reizstoffe, aufputschende Stoffe wie möglich. Denn unser System ist mit so einem Sonnensturm sowieso schon massiv gefordert. So wenig wie möglich fettes und übersäuerndes Essen essen. Also möglichst vegetarisch, wenn sogar vegan. Wir haben Sommer, man kann viel Rohkost essen. Man kann auch sanft gedünstetes Gemüse und Getreide essen. Ja, so sanftes Essen. So viel wie möglich. Am besten morgens draußen in der Natur sein. Wald baden. Mit nackten Füßen über den Boden laufen. Und wirklich, wenn es geht, überrasen. Also etwas, was natürlich ist. Dass wir wirklich Kontakt zur Erde haben. Und da geht es darum, uns zu entladen. Viele haben im letzten Video geschrieben, ich fühle mich so aufgeladen. Ja, wenn da so viel elektrischer Strom in der Luft ist, dann ist das kein Wunder. Und das ist ja nicht das Einzige, was bei uns reagiert. Nicht nur der Sonnensturm. Diese ganzen Handymasten und permanent Handy am Ohr und WLAN um uns herum. Das alles lädt uns energetisch total auf. Also entladen. Nackten Füßen auf dem nackten Boden gehen und den Strom abfließen lassen. Was immer gut hilft, ist mal auf der Stelle trampeln, ganz, ganz schnell oder ganz intensiv ausschütteln. Mal kurz rennen, das hilft auch. Also körperliche Bewegung, die quasi diese Überenergie mal rausschießt. Ja, das ist ganz wichtig für den Körper. So, was mag der Engel für den Geist? Uh, die meiste Prüfung. Gelassenheit üben. Lass es los, was dich belastet. Konzentriere dich auf das, was du tun kannst und willst. Bleibe in deiner Mitte. Das ist Gelassenheit. Übe Gelassenheit. Falls ich ein Video dazu finde, verlinke ich es dazu. Ja. Gelassenheit ist eine Meisterprüfung, die besagt, ich bleibe bei mir. Ich lasse mich vom Chaos, vom Sturm, von Nachrichten nicht aus meiner Mitte zerren. Ich bin in meiner Mitte. Und gerne immer wieder mal eine Pause machen, Augen schließen, atmen, tief, tief ins Herz atmen, in die Zirbeldrüse, in der Mitte des Gehirns atmen, unser Körperdirigent, unser Geistdirigent. In den Solarplexus atmen, in den Bauch atmen, tief in den Bauch atmen, ja, dass sich der Bauch wirklich hebt und senkt beim Ein- und Ausatmen. Du kommst so fein wieder in die Mitte. Das ist jetzt unsere Aufgabe, ja. Die Gedanken, es geht ja Gelassenheit im Geiste, die Gedanken zur Ruhe bringen und loslassen, was dich belastet. Zu guter Letzt, der Engel des Friedens als Seelenimpuls. Ich hatte das im, ich glaube, im letzten Video-Special mit Dieter Bröers gechannelt. Es ist Platz, es sprudelte aus mir heraus. Wir haben in uns einen Raum des Friedens. Wir haben in uns einen Raum, in dem Stille herrscht, ja, unser heiliger innerster Raum. Und wir können immer, immer, zu jeder Zeit in diesen Raum hineinfühlen, uns darauf konzentrieren, damit wir wieder in unseren Frieden zurückfinden. Ich hoffe sehr, dass dir meine Impulse geholfen haben. Ich hoffe sehr, dass dir dieses Video gut getan hat. Teile es sehr gerne. Ich freue mich immer über einen Daumen nach oben. Das sage ich immer wieder in diesen, speziell in den aktuellen Energie-Videos, weil ich hoffe, dass ich viele Menschen erreiche, die dann erkennen, wow, Sonnenstürme sind nichts Schlimmes, Sonnenstürme sind okay. Ich muss nur wissen, wie ich damit umgehen kann und ich möchte mit meinen Videos dabei helfen. Also gerne teilen, gerne ein Abo dalassen, die kleine Glocke drücken. Dann kriegst du immer Bescheid, wenn ein neues Video kommt von mir. Und ich freue mich einfach, wenn ich dir helfen kann. Also ganz viel Liebe zu dir. Lass uns gemeinsam die Welle reiten und uns vorwärts tragen lassen, damit wir voller Zuversicht, Gelassenheit und innerem Frieden diese Wandelzeit erleben. In diesem Sinne, bis bald, deine Sonja Arjen. Ciao. Ciao. Ciao.